Hallo Mitspieler, mein Name ist Dallowriot und ich begrüße euch zur 49. Episode dieses Subnautica Let's Plays. Wir sind hier in der Zyklop und ich glaube als nächstes werden wir nach Hause fahren. Wir haben in der letzten Episode schnüff schnüff unsere Motte verloren. Ja, ist nicht mehr da. Da müssen wir jetzt erstmal nach Hause und eine neue bauen. Das Ding ist ja einiger ruckelt teilweise. Jetzt ging es mal, jetzt kann ich mich kaum drehen hier. Also wie gesagt, seitdem der Zyklop da ist, ist die generelle Performance schon im Keller. Achso und ich wollte noch mal rausgucken. Ich glaube, eine Sache hatte ich noch nicht gescannt. Irgend so eine viereckige Kiste und dann hatten wir hier noch irgendwas, irgendwas Energie. Ich weiß jetzt nicht mehr. Das müssen wir nochmal finden. Irgendeine viereckige Kiste. Soweit nur größer. Das ist wieder ein Distilleranzug. Distilleranzug. Ja. Tja. Das ist wirklich kaum Meter bewegen, ohne dass so drückelt gerade. Das ist natürlich nicht so schön. Distilleranzug. Distilleranzug. Da auch. Jetzt habe ich noch eine Ablagerung. Hm. Keine Ahnung. Wo lag denn das Teil da? Unter dem Stück? Ne, das geht nicht drunter. Hm. Ein wenig ratlos gerade. Und der Nanaluke. Deswegen habe ich es ja auch schnell umgeparkt hier. Jo, ich habe eben mal nachgedrehen. Ich weiß jetzt genau, wo es liegen müsste. Und das ist halt nicht. Das ist... Hm. Äh... Sagt gar nichts. Doch, ist halt cool. Heute war ein größerer Würfel beim letzten Mal. Okay, haben wir alles. Können wir uns auf dem Weg nach Hause machen. Ja, und ich werde viel, viel zwischenspeichern. Auch jetzt. Bei dem Spiel kann man nicht mehr vertrauen. Das ist ein paar Mal abgestürzt. Und ich will ja auch nichts verlieren. Also hier nicht alle doppelt machen wie in den letzten Episoden. So, wir steigen erstmal ein wenig. Mal gucken, wo wohnen wir denn. Ah, ja. So, wir gucken mal. Mal ein bisschen Bugkontrolle. Und das ruckelt und ruckelt und ruckelt. Dann können wir mal hier gucken. Da unten ist ja auch richtig was los. Hm, bin grad nicht sicher, ob ich die Ecke schon mal... Ob ich es scannt habe. Ich denke schon, ja. Diese beiden rühren, ja. Das war eben ein Standbild von über 10 Sekunden. Ey, das gibt's doch gar nicht. So, wo war jetzt unsere Bruder? Da. Sind wir schon so nah dran? Mhm. Was haben wir denn da? Einen kleinen Röntgenblick. Einen kleinen Röntgenblick. So, steigen wir mal raus. Ja, dann werde ich doch erstmal... Das Zeug hier... Und den ganzen Schrankinhalt. Das, was wir uns hier alles mit der letzten Tour besorgt haben. Das werde ich einfach mal alles in meine Schränke schmeißen. Na. So. Das wird zwar auch verlaufen. Gut, ähm... Das mach ich aber auf Cam oder mit Zeitraffer. Das war's. Das war's. Was ist das? Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. So, da wird wieder. Ich habe alles wegsortiert, alles vom Schiff runter. Neue Motte. Neue Motte heißt, ich muss diese Dingens nochmal aufstellen hier. Ihn hier. Und ich habe jetzt alle Sauerstoffflaschen hier drüben gelassen. Nehmen wir doch lieber mit. Ja, vom Eingang gerade hoch. Hängen wir fest. Ha, gut geparkt. 40 Meter. 20 Meter. Yippie. Okay, dann nochmal raus das Brett. Du gehst auf die Fünniff. Und rechte Maustaste zum Aufstellen. Ah, zähl mal. Äh. Passiert ja gar nichts. Ich kann hier nichts anwählen. Klettern. Ah. Äh. Seemode. Titanbarren. Energiezelle. Zweimal Glas und Schmierstoff. Na, weg. Na, mal wieder runter ins Reich und das Zeug mal alles holen. Aber ohne Motte? Hm. Nochmal sehen wir mal, ich bin halt ne halb. Titanbarren. Eins, zwei, drei, vier, fünf, drei, sieben, acht, neun, zehn. Ähm. Zweimal Glas. Irgendwas mit zweimal Energiezelle. Und da verliesen sie ihn. Tidim, tidim, tidim. Ach cool, wenn man hier auch vielleicht ein bisschen kategorisieren könnte. Äh. Zweimal Glas, eine Energiezelle. Schmierstoff. Schmierstoff war doch Schling-Dingens. Einmal der Barren. Einmal das Glas. So, Schmierstoff, Schling, Pflanzen, Samenbüschel. Dreimal. Hatten wir die nicht? Irgendwo hier. Zweimal. Äh. Moment. Dann pack ich die wieder zurück und hol die von draußen. Ja, natürlich. Hier mit dem Home-Turf, oder wie. Äh. Gut, soll uns reichen. Ka-ching, ka-ching. So. Glas. Zweimal. Okay. Hatte ich auch zweimal genommen. So, und dieses Teil, was wir da eingesetzt haben, dieses Update-Modul kriegen wir. Das irgendwie wieder irgendwo her. Ähm. Mal gucken, was könnte es denn gewesen sein. Vielleicht ist es ja hier auf der Liste irgendwie mal drauf. Sinkrechte Verbindungsstück. Nee. Uran. Och, nee. Patching Enzymes. Öff. Er ist ein Strömungsgenerator. Ach, keine Ahnung. Fasergepflicht. Tauchleine würde ich auch immer mal bauen. Gucken, was das überhaupt ist. Das sieht nicht so aus. Das Ding kann man nachbauen. Irgendwie. Lichtstab. Aufstellbare, batteriebetriebene Lichtquelle. Ist natürlich auch nett. Und wir haben ja einen zweiten Topf irgendwie. Und ein Pflanzenbord. Ja, aber nicht dieses Update-Modul für die Motte. Auf die kann man noch ein bisschen scharfer. Das ist natürlich ein bisschen schade. So, das Zeug hätte ich gerne. Ähm, was war das da? Was ist das für ein Tier, Leute? Und, hatte ich mir einen Medi-Pack genommen, wie ich eigentlich wollte? Nein. Wo ist denn mein... Oh, das ist alles in der falschen Position. Ja, das ist alles in der falschen Position. Das ist alles in der falschen Position. Das ist alles in der falschen Position. Du gehst mal auf die 1, die Lampe auf die 2, Scanner auf die 3, Reparatur 4, Laserschneider 5. Ähm, ja, komische Anomalien hier. So, ihr fliegt raus. Dann habe ich die Glas. Und das dürfte alles reichen. In der Energiezelle zu viel. Hier wollte ich nochmal gucken. Gleich eins getrunken. Hier ist schon wieder Kartöffelchen. Oh, geht ja wirklich schnell. 100%, 83%, Medi-Pack. So, was ist mit dir hier? Immer noch. Na, dann mach. Hier haben wir ja schon weitere Zeug zusammengesammelt, was wir alles hier in diesen Bioreaktor rinschmeißen können. Äh, Blödlust? Äh, warum? Weil ich jetzt zu viele davon hier essen habe? Okay. Finde ich gar gemein so ein bisschen. Na gut, vielleicht soll man auch sich einfach ein bisschen mehr abwechseln. Oder nicht so viel auf einmal essen. Wer weiß das? So, dann mal wieder hoch. 60, 50, 40, 30, 20, 10. Da werden wir. Und kehren zurück mit einer runden Motte, wenn alle zähnommen? Was ist denn hier los? Ähm, ist blau hinterlegt? Was ist denn das da? Wo jetzt der Zeigefinger ist von der Hand. Was ist denn das da? Muss ich mal hin? Eine Luftblase? Äh, eine Luftblase? So, zweiter Versuch. So, nochmal rauf. Anklicken. Fahrzeuge, wir freuen uns. Klicken Seemotte und nichts passiert. Woran kann das liegen? Hat das Ding auch irgendwas zum Reloaden? Hat das Ding irgendein Energieproblem? Ist doch alle da. Wir haben die Tarnbahn, Energiezellen haben wir da. Zweimal Glas und den Schmierstoff haben wir alle da, Mann. Äh, Mann. Woran kann das liegen? Ist das so tief hier drunter? Was für Parameter stimmen hier nicht? Am letzten Mal haben wir das Übersichtere mir besser gemacht. Also irgendwo da vorne. Aber, das kann es doch nicht sein, bin ich der Meinung. Ich weiß immer noch nicht, wie man das Ding einpackt. Das ist mir irgendwie zufällig gelungen. Oder das passiert automatisch, wenn man den Zyklopen baut. Aufnehmen. Ah, okay. Dann probiere ich das in seichteren Gewässern. Was anderes fällt mir jetzt nicht ein. Wollen wir noch mal so eine Baustation hier bauen? Hat die ihre Körner verschossen? Brauchen wir da eine komplett neue? Ich meine, auch kein Problem. Die alte Strecke nach Hause. Oft geschwommen. Hm, Rumpel. Du bist jetzt am Weg. So, die Röhre vor uns. Packen wir mal wieder auf die Finne. Ich glaube es ja nicht. Äh, what? Okay, haben wir das auch noch mal geübt? So, einmal klettern. Einmal in. Gut, macht er auch nicht. Ja, um das dann ausschließen zu können, baue ich jetzt noch mal so ein Teil hier. So eine mobile Fahrzeugstation. Baue ich jetzt noch mal. Und gucke, ob es daran liegt. Weil ich mir ansonsten echt hilflos bin. So, was die Motte betrifft. Und ohne Motte? Ja. Hm. Na gut, dann tuckere ich jetzt nach Hause? Mal ein bisschen wenden. So. Oh oh, hm, ah, timing issues. Okay, ich glaube, das kann man lassen, ein bisschen einparken über mir. So, wo ist die Bude? Wo ist denn hier Licht? Da ist Licht. Gut, dann mache ich jetzt so eine mobile Fahrzeugstation und verabschiede mich von euch. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich würde mich freuen, wenn ihr in den nächsten Episoden auch wieder vorbei seid. Ihr könnt mich gerne abonnieren, einen Daumen hoch wäre super, klasse. Und wenn ihr Fragen habt, Ideenkritik, benutzt den Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.